Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo betreffend des kommenden 20.05.2013, den Pfingstmontag. Ich hab da mal was vorbereitet und zwar wird es an diesem Montag um 16 Uhr bereits losgehen mit Videos am laufenden Band. Das bedeutet, ab 16 Uhr stündlich bis einschließlich 20 Uhr werden neue Videos von mir veröffentlicht. Die ersten drei Videos werde ich euch jetzt verraten und die anderen, die werden dann eine Überraschung sein. Und es wird losgehen um 16 Uhr mit einem neuen Part von Saints Row the Third, wie ich mich schlage zusammen mit dem kleinen, arzlichen, dicken oder in anderen Worten The Langstair. Um 17 Uhr wird es dann weitergehen mit einer neuen Folge von Resident Evil 4. Und dann im Anschluss, 18 Uhr, wird daran Bioshock 2 anknüpfen. Um 19 Uhr wird dann ein Video kommen, welches ich eigentlich schon so lange hätte wieder mal veröffentlichen müssen. Aber jetzt habe ich mich, zwinge ich mich quasi dazu, mich selbst dieses Video zu machen und das werde ich auch tun. Um 20 Uhr ist ebenso dann das letzte Video an dem Tag dran. Und es wird auch ebenso ein Video sein, welches ich eigentlich nicht so gerne machen wollte. Aber jetzt werde ich auch dazu gezwungen und ich werde es durchziehen. Ich muss das noch machen und das werde ich tun. Und dann lasse ich euch mit den letzten Klängen dieses Liedes alleine. Und dann lasse ich euch mit den nächsten Mal.